hallo leute heute möchte ich meinen zweiten kanal vorstellen das heißt sondelrobert auf youtube könnt ihr mich finden da geht es um schad suche bin ich mit metalldetektor unterwegs ich glaube das wird auch sicher gefallen das ist relativ spannend schaut mal rein ich würde mich sehr freuen man sieht sich tschau bis zum nächsten Mal 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 Sehr interessant, das ist ein sehr interessantes Signal, mein ich. Schauen wir mal. Um die 7,50 hat das, um die 57, eigentlich ein sehr gutes Signal, aber schauen wir, ob es wirklich gut ist. Ah, das liegt schon an, irgendwo da. Spannend. Man sieht's nicht, wahrscheinlich was ganz kleines. Hoffentlich kein Klumpet. Winzig wahrscheinlich. Man sieht's nämlich gar nicht. Wo fliegt das? Kein Fehlsignal. Wo fliegt das? Ich seh's nicht. Was schlägt da an? Ich seh's. Eine Münze. Oh Gott, wieder sowas dunkles. Wahnsinn. Was bin ich? Puh, siehst du das? Oh. Ich glaub das ist ein Römer. Wahnsinn, das ist ein Römer. Eine römische Münze. Gibt's ja gar nicht. Wie schön ist das? Schaut euch das an. Ein römischer Kaiser. Und da auf der Rückseite ist irgendein Gott oder ein Krieger. Kann ein Krieger sein auf der Rückseite. Da vorne ist es ein irgendein Kaiser, ein römischer Kaiser. Die vorderseite hat immer einen römischen Kaiser. Und da hinten, das könnte ein Krieger oder irgendein Gott sein. Eine Legion. Ich glaub's nicht. Eine Münze. Mit einem 45er Wert ist die reingekommen. Wow, die ist aber schön. Was ist das? Was ist das? Das ist in der ausländischen Münze. Nein. Glaub ich nicht. Das könnte der österreichische sein. Da ist der Adler hinten. Boah, die ist schön. Die ist schön und gut erhalten. Die muss sehr alt sein, aber ich kann nicht entziffern, was das ist. Oh Gott. Die ist wunderschön. Die ist perfekt. Die kann mit so einem niedrigen Wert rein. Siehst du, man muss jeden Wert anschauen. Siehst du, man muss jeden Wert anschauen. Die ist wunderschön. Die könnte auch Silber sein. Gibt's nicht. Ich habe so viel Glück. So Münze habe ich da jetzt echt nicht erwartet. Nicht auf dieser Wiese. Das hätte ich nicht erwartet. Die ist wunderschön. Wie dünn die ist. Fast wie ein Blatt. Unrecht. 2-2-1-2-3-2-2-3-3-3-6-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-5-4-5-4-4-4-5. Hup, 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 hup. Halt ja schon da sein. Nicht zu tief sein. Ah, das geht ab was schwierig. Oh mein Gott, Gold, ein goldener Ring, Wahnsinn, ein Ehering. Es muss Gold sein. Schaut mal unter meinen Kanal Freunde, unter SondlRoberts, hier könnt ihr meinen zweiten Kanal finden. Viel Spaß.